Hallo, wir sind aus der Leopoldsschule, wir sind die 2i, wir sind die 1a, wir sind bei Werkstatt Junge ist Wien. Wir machen heute einen Film über Wiener Wasser. Das ist ein riesiger Raum und hier kommt die erste Wiener Hochquellenwasserleitung herein. Da ist überall Trinkwasser für Wien. Wir haben für euch Filme gedreht, viel Spaß beim Anschauen. Wie kommt das Wasser eigentlich zu uns nach Hause? Das Wasser durchläuft einen Kreislauf. Zuerst regnet es. Dann fällt das Wasser zu Boden. Steine und Boden machen das Wasser sauber. So sauber, dass man es sogar gut trinken kann. Es gibt dafür extra Wasserleitungen. Von den Bergen bis in die Stadt Wien. Es gibt nicht nur eine Quelle, sondern sogar viele, die dafür benutzt werden. Die Kaiserbrunnenquelle zum Beispiel ist eine der allerersten. Das Wasser von den Quellen wird über Leitungen bis nach Wien transportiert. Die erste Wiener Hochquellenleitung kommt über den Süden durch das Wiener Betten. Spiete wurde auch eine zweite Leitung gebaut. Sie kommt über den Westen nach Wien. Auf nach Wien! In Wien kommt das Wasser in sehr großen Speichern an und wird dann weiter verteilt. Weil das alles so organisiert ist, ist fast alles ohne Pumpen möglich. In den Häusern und Wohnungen wird das Wasser dann für verschiedene Dinge verwendet. Und dann fließt das Wasser in die Kanalisation. In Wien gibt es eine große Kläranlage, wo das Wasser gereinigt wird, bevor es dann wieder in die Donau fließt. Dann verdammt es zu Wolken. Und dann kann es wieder runter regnen. Dein Lauf geschlossen! Was machst du da? Ich lasse das Wasser so lang rinnen, bis es aus ist. Das geht nicht. Das Wasser hört nicht auf zu laufen. Fragen wir mal Frau Rompolt von Wiener Wasser, wie das so ist mit der Wasserleitung. Wie geht es, dass immer gleich viel Wasser aus der Leitung kommt? Das Wasser kommt ja von zwei Hochquellenleitungen. Also von den Bergen, von den Alpen nach Wien. Es fließt im freien Gefälle. Und das Wichtigste, was du wissen musst, ist, dass wir 70 Quellen bewirtschaften im Quellgebiet. Also es ist wichtig, dass immer mehrere Quellen sozusagen nach Wien fließen können. Und zwar so viel, dass eben ausreichend Wasser da ist. Das sind ungefähr 4000 Liter in der Sekunde. Also 200 Badewannen jede Sekunde, die da in Wien ankommen. Ja, und solange das der Fall ist, geht das. Das geht nur deshalb, weil es das ganze Jahr über immer wieder im Quellgebiet regnet oder schneit und dieses Wasser in den Berg eindringen kann, durch den Berg durchsickert, unterschiedlich schnell bei jeder Quelle und anders schnell oder langsam und dann in der Hochquellenleitung nach Wien fließt. Hey Klara, weißt du, wie viel Wasser eigentlich am großen Mühl, in dem großen Wasserbecken ist? 140.000 Kubikmeter Wasser. So viel Wasser, wie kann ich mir denn das vorstellen? Das ist ein Glas mit genau 250 Millilitern. Das ist genau ein Viertelliter Wasser. Vier davon sind ein Liter. Ein Liter passt genau in diesen Gruf. Also sind 140.000 davon am Rosenhügel? Nein, in Kubikmeter. In einem Kubikmeter sind 1000 solche Liter. Äh, was? Das kann ich mir jetzt noch immer nicht vorstellen. Okay, trink doch erstmal einen Schluck Wasser. Ja, gerne. Super, das waren jetzt 15 Schlucke in 25 Sekunden. Um den Rosenhügel leer zu trinken, brauchst du also 84 Milliarden Schlücke. Das ist eine 84 mit 9 Nullen dahinter. Okay, das sind sehr, sehr viele Schlucke. Wollen wir ausrechnen, wie lange du dafür brauchst? Mhm. Ich glaube, um den Rosenhügel auszutrinken, brauchst du 4.439 Jahre. Uff, ich glaube, ich habe keinen Durst mehr. Um den Rosenhügel leer zu trinken, brauchst du also 84 Milliarden Schlücke. Nur gut, dass wir das ganze Wasser nicht nur zum Trinken verwenden. Die Wiener verbrauchen 130 Liter am Tag. Davon werden aber nur 2 Liter getrunken. Und wofür wird der Rest verwendet? Zum Duschen, Putzen, Blumen gießen, zum Geschirrspülen, Wäsche waschen und vieles mehr. Ach, übrigens, pro Kopf landen 40 Liter am Tag im Klo. Was, so viel? Ja, das ist schon viel, aber vor 50 Jahren haben die Menschen mehr Wasser verbraucht. Wow, 1971 waren 300 Liter am Tag. Die Leute hatten früher aber auch andere Waschmaschinen und Klospülungen. Aha, in Zukunft könnten wir auch noch mehr Wasser einsparen. Na, das stimmt, aber man muss auch bedenken, dass viel Abfall in der Kanalisation landet. Und man braucht auch viel Wasser, um das Ganze wegzuspülen. Ach so, und das muss man ja wieder teuer reinigen lassen. Also, wenn wir schon beim Geld sind, kostet das nicht sehr viel Geld, wenn das Wasser so weit herkommt? Nein, das Wasser ist viel billiger aus der Leitung, wie wenn man es einkauft. Ah, richtig, hier steht es ja. Ein Liter aus der Leitung kostet nur 0,02 Cent. Wow, 50 Liter kosten ja nur einen Cent. Oh, wie lange brauche ich, um das alles zu trinken? Keine Ahnung, wollen wir schauen? Ja, gerne. Es war einmal. Puh, hier stinkt's. Alles fließt in diesen Fluss. Früher musste man das Wasser tragen. Wien ist so groß geworden, wir brauchen dringend frisches Wasser. Können Sie uns was über den Wasserspeicher erzählen? Besonders interessant finde ich den Wasserspeicher am Rosenhügel. Das war nämlich der erste Wasserbehälter, der in Wien gebaut wurde. Der ist deshalb so wichtig, weil dort das Wasser der ersten Hochquellenleitung ankommt. Und das war auch schon vor fast 150 Jahren so, denn der Wasserspeicher wurde 1873 fertiggestellt. Damals hatten wir keine Bundeskanzlerin, sondern einen Kaiser, der das Land regiert hat. Hallo, ich bin der Kaiser Franz Josef. Hiermit eröffne ich die Wasserleitung. Aber zuvor musste der Kaiser noch eine Hochquellenwasserleitung bauen lassen. Von der Rax über die Täler bis nach Wien. Da gab's natürlich auch Aquädukte. Die Leitung ist 95 Kilometer lang und wurde beim Hochstrahlbrunnen vom Kaiser eröffnet. Hinter mir sieht man den Hochstrahlbrunnen. Und der Wasserbehälter war damals auch viel kleiner, als er heute ist. Und weil im Winter ganz wenig Wasser gekommen ist und im Frühjahr ganz viel Wasser, sind sie dann draufgekommen, gut ist, wenn man viel Wasser speichern kann. Also haben sie den Wasserspeicher vergrößert, größer gebaut. Und ein paar Jahre später sind sie draufgekommen, besser ist, wenn er noch größer ist. Der Wasserbehälter am Rosenhügel wurde also dreimal erweitert. Das ist so viel Wasser, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wann wird am meisten Wasser verbraucht? In der Früh wird am meisten Wasser gebraucht. Beim Zähneputzen, Hände waschen, Frühstück machen und beim Duschen. Und in der Nacht, wenn die Leute schlafen, wird natürlich am wenigsten Wasser verbraucht. Wie stellt man sicher, dass immer genug Wasser da ist? Das ist gar nicht so einfach, das sicherzustellen, weil man muss nämlich in die Zukunft ziehen können. Das Wasser braucht von den Alpen bis nach Wien bei der einen Leitung 24 Stunden und bei der zweiten Hochquellenleitung 36 Stunden, also eineinhalb Tage. Das heißt, die Kollegen, die das organisieren, die müssen wissen, wie wird in den nächsten zwei Tagen das Wetter in Wien sein? Sind da Ferien oder sind keine Ferien? Weil wenn Ferien sind, sind ja viel weniger Menschen in der Stadt normalerweise. Oder ist zum Beispiel Wochenende? Am Wochenende sind auch weniger Menschen in der Stadt. Also rufen meine Kollegen, die in Wien sitzen, die Kollegen und Kolleginnen an, die im Quellgebiet sitzen und sagen denen, übermorgen brauchen wir so und so viel Wasser. Brauchen wir besonders viel, weil es wird sehr heiß werden, es hat über 30 Grad. Es sind aber noch keine Ferien, also schickt alles Wasser, was ihr habt. Und in Wien haben wir zum Glück 30 Wasserbehälter, sodass wir auch dann auskommen mit dem Wasser, wenn wir jetzt nicht ganz richtig liegen würden mit der Schätzung des Wasserverbrauchs. Aber es ist noch immer bei weitem genug Wasser da, dass man noch zwei Tage auskommen würde, auch wenn gerade kein Wasser aus dem Quellgebiet nach Wien fließen würde. So funktioniert das. Wie kann man eine Wasserleitung reparieren? Wenn irgendwo ein Loch in einer Wasserleitung ist, dann wollen wir das natürlich reparieren. Und der erste Schritt ist, dass dort das Wasser abgedreht werden muss. Und dann wird die Leitung dort, wo das Loch ist, abgeschnitten, davor und dahinter. Und dann muss ein neues Stück Leitung eingesetzt werden. Das ist ziemlich aufwendig, kostet auch viel Geld. Und wenn das neue Stück Leitung drinnen ist, dann muss es erst mal gespült werden, sodass es auch wirklich sauber ist in der Leitung. Dann muss auch erst noch eine Wasserprobe genommen werden und die Wasserprobe wird untersucht, ob das Wasser auch wirklich in Ordnung ist. Also ist so eine Wasserrohr-Auswechslung recht aufwendig und viele Menschen wundern sich auch, warum, wo ja schon das neue Rohr in dieser Baugrube ist, warum da noch nicht zugeschüttet wird und warum noch nicht sofort wieder alles in Betrieb genommen wird. Das liegt daran, dass wir oft auf die Ergebnisse von dieser Wasseranalyse warten müssen. Und wenn die Wasseranalyse das Ergebnis zeigt, dass alles in Ordnung ist, wird zugeschüttet, wird die Straße wieder instand gesetzt und dann fließt auch im Haushalt wieder das Wasser. Also da sind wir sehr, sehr genau, weil ja die Wasserhygiene, die Wasserqualität das Allerwichtigste ist. Wir machen jetzt einen Test. Du musst herausfinden, welcher Testfinger-Hochgrillwasser ist. Hm, das schmeckt aber komisch. Das zweite Glas Wasser. Das ist ein Mineralwasser. Das letzte Glas. Das letzte Glas. Hm, das kenne ich schon. Das ist unser Leitungswasser. Das schmeckt einfach am besten. Fragen wir mal Frau Rompolt. Warum schmeckt das Wiener Wasser so köstlich? Das ist meine Lieblingsfrage. Das Wiener Wasser ist hauptsächlich deshalb so köstlich, weil es so klar und frisch ist, weil es so kalt aus der Leitung kommt und weil es aus so gut geschützten Gebieten in den Alpen kommt. Also dort ist wirklich nur Natur und das ist das Allerbeste für das Wasser, weil es wird durch nichts verunreinigt. Und das fließt ganz von alleine nach Wien und die niedrige Temperatur, diese kalte Temperatur, die es im Quellgebiet hat, die hat das Wasser auch noch, wenn es nach Wien kommt. Das ist auch ein großer Vorteil, weil uns einfach kaltes Wasser besser schmeckt als lauwarmes Wasser. Und das Wasser ist ja sauerstoffhältig. Es hat einen hohen Sauerstoffgehalt und es trägt auch zum guten Geschmack des Wassers bei. Wasser ist sehr wichtig für uns Menschen. Es ist ein Lebensmittel. Wir haben das Recht auf Wasser. Deshalb hat Wien dieses Wasser für uns geschützt und auf langfristig gesichert. Im Gesetz von Wien steht festgeschrieben, dass das Wiener Wasser nicht privatisiert werden kann. Das bedeutet, dass keine privaten Firmen mit dem Wiener Wasser Geld machen können. Sondern das Wiener Wasser muss für alle da sein.